Herzlich Willkommen zurück zu Room Factory Oceans. Guten Morgen, heute findet das Fest statt. Ja, aufregend, schauen wir es uns mal an. Ah, heute ist ein Fest. Und zwar ist heute Drachenfest. Zeige dir mehr Drachen deine Dankbarkeit beim Lagerfeuer am Strand. So, ich guck mal eben in mein Inventor. Ich hab wie jetzt gestern noch ein paar Waffen gemacht, so von dem Zeug, was ich gefunden habe. Natürlich kann das unsere Feuerklingel auch noch nicht übertreffen. Aber, ich mach mal die Feuerklingel, Angriff 49. So, und dann hab ich hier so einen Katana, level 30, beziehungsweise plus 30 Angriff gemacht. Und Erdklinge für 24. Naja, die kann man dann auch später irgendwie weiterentwickeln. Ihr sehen könnt, ich habe ja das Lager vergrößert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das euch schon gezeigt habe. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ich hab das gestern sozusagen auf den Donnerstag irgendwie gemacht. Also im Spiel war Donnerstag. Da hab ich einmal hier das Lager vergrößert und dann die Schmiede hier auf Meisterschmiede gemacht, wo ich also mit sechs Materialien arbeiten kann. Wie spiele ich was? Ich bin mir vor sehr von ihres Drehensüberschmiede. Ich kriege plus 15 An bin. Wir können uns mitions Oke. Und wir haben dann auch das Waffen, die finally drin delaaten. Ich kriege euch die K inteiro das? Ich queuehe fake fuel 5 Kartoff. Ich könnte nicht mehr Scratch ist mit mir zum Schmieden約meld. ja also hier wird altmetall und anfänger angel immer weiter 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 das ist cool was haben wir hier durchschnitts angel anfänger angel plus silber plus den stock und hier durchschnitts angel also diese hier plus altmetall plus altmetall ist dann wahrscheinlich die momentan beste naja wir kriegen ja dann wahrscheinlich irgendwelche zusätzlichen rezepte noch so aber jetzt gehen wir erst einmal auf unseren kohle so es ist kurz nach sechs ach ja alles pennt hier noch man ja tapfer gekämpft war richtig fleißig ich hab mir einen dungeon geholfen ohne euch hätte ich den komischen maulwurfstypi bestimmt nicht besiegt so wir sind alle abgeschriegelt die blumchen hier wachsen immer noch nicht ich wusste nicht woanders nicht ob die irgendwie naja so jetzt ja ja ich ich ja 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 Was für ein Sauberhafter morgen Oh, Moment So Mein Käferchen, der treibt sich irgendwie immer am äußeren Rand rum Ich suche da nicht, ich hab gerne zweite Umgebung Ich suche da nicht, ich hab gerne zweite Umgebung Ich suche da nicht, ich hab gerne zweite Umgebung Du kriegst deine Streichel einmal genau so wie alle anderen Ich find's doof, dass du immer nach außen rum krepelst So Die Blümchen sammeln, die Blümchen wie auch immer Ja 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 Ja, Pflanze, Pflanze, Pflanze Ich bin auch schon sehr gespannt Ja 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 Okay Ja Ja Oh, das ist doch so. Krabbel nicht auf dem Blümchen rum, es soll kein Wunder süß werden. Ne, ne Worte. Hier, Freudentanz. So schnell kannst du ihn. Wee! Jetzt hier noch Tomaten. Hartvoll viel noch. Keine Ahnung, warum die noch nicht wächst. So. Ich vergrüge mich. Gerade eben noch mal gucken. Ich habe noch mal ein paar Kekse gekauft. Habe jetzt mehr Kiecher zu versorgen. Ach Quatsch. Gestreichens habe ich sie ja schon. Ich muss die ja noch ernten. So. So. Oh, da ist Lilly. Aber warte mal. Mag die nicht ... Ich darf doch mal stehen. Pink Katzen, danke schön. Das macht mich so glücklich. Was für ein bezaubernder Morgen. Heute Abend gibt es ein Feuerwerk. Gehst du hin, Kenshin? Nein. Was für eine tolle Aussicht. Ja. Den Platz haben wir noch gar nicht gesehen. So, jetzt gucken wir mal, ob hier vielleicht noch ein paar Anrufträger sind. Und ... Ach so, Festtag. Ja. Ne, ist klar. Am Festtag wurde nicht gearbeitet. Morgen wird sonnig, bla, frische Luft. Es gibt eine riesige Nachfrage für Keltfrüchte. Du müsstest sie zu einem hohen Preis verkaufen können. Hey, na das nenne ich gute Neuigkeiten. Guten Morgen! Ein weiterer Tag angewiesen. Heute Abend gibt es ein Feuerwerk. Bis dahin muss ich das Essen ganz sein. Ja. Hast du keine gekauft, ne? Mhm. So. Hier ist ... Niemand? Äh, ja. Ist interessant. Der Laden ist auf, aber niemand ist da. Hm. Ja, scheiß Feierratag. Ich will was verkaufen. Feldfrüchte sollen gut gehen. Ach, was der Giraffe. Hallo. Morgen. Ich hoffe, dass der Tag schön wird. Das Feuer wird heute Abend einfach fantastisch. Ich hoffe, dass wir uns dort treffen. Was soll ich nur tun, bis das Feuerwerk ankommt? Guten Morgen! Ich gehe spielen, bis die Zeit fürs Feuerwerk ist. Oder Freundenfeuer. Oder so. Oder irgendwas. So. Dann gehe ich mal nach oben. Hallo, Bikoto. Kann ich Ihnen mal ein Lärmenswitz getroffen haben? Heute Abend gibt es ein Feuerwerk. Was? Bis dann werden wir wohl auf der Insel spazieren gehen. Hallo, Kechi. Ewig nicht gesehen. Wie geht es dir? Ein Freundenfeuer wird zu entzünden, sobald es dunkel ist. Ich überlege, wie gerade was zu essen soll, um nicht die Zeitmuster zu betreiben. gehen wir mal an. Glauben Sie? Guten Morgen. Es ist lange Zeit und langsam, ganz schön, was ist los? Wir fühlen sich schon wirklich wie ein Fests an. Haben wir sonst noch ein paar Mal hier? James? Wo? Oh. Vielleicht hier unten? Nö. Jetzt ist er vielleicht hier. Auch nicht. Nix los hier. Du weißt, James wird seiner Ruhe noch gar nichts übersehen. Achso. Achso. Die verkaufen heute auch wieder. Ja, guten Morgen. Willkommen. Ja, ich verkaufe. Auf jeden Fall. Ich habe gehört, ihr verkauft. Hey. Ich soll doch bessere Preise geben. Alter, gibst du mir jetzt hier die Kohle oder muss ich dich ausrauben? Komm schon. Kohle, 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 Koh Komm schon, das sind frisch gepflückte Blümchen extra für euch. Ist ja nicht so geizähig. Gib mir Kohle. Deshalb ist es eh nicht frech. So. Kaufen. Die erste haben wir schon. Nehmen wir hier die zweite. Oh, cool. Wir haben eine Lotterie losbekommen. So. Wo ist denn? Zwei. Was macht denn jetzt? Was macht denn jetzt? Was macht denn jetzt? Was macht denn jetzt? Was macht denn jetzt los? Mit den Leuten quatschen? Hm? Warum? Das ist ein Grund. Das ist ja praktisch, um einen Plum zu gießen. Wir schauen. Was macht denn jetzt? Oh, okay. Oh. Oh. Und am Strand sind die anderen. Die sind schon am Strand. Oh. 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 Wo habe ich denn? Ich habe keine Bäume davon. Oh. 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 Oder? Seid ihr mich auch gern sehen? Hast du ein Ei? Hm. Vielleicht wird hier heute noch ein Erddrache geboren oder so. Wär doch cool. So. Wo hab ich denn die Angeln? Ach Mensch, die hab ich ja verbessert. Ha, ha, ha. Ausrüstung. Äh. Äh. So, noch mal. Fisch. So. Ob das Ding jetzt ein bisschen besser ist, ich weiß nicht. Ja, ein bisschen muss man angeln. Fische fangen sich nicht vor mir an. Ich finde aber die Musik ziemlich bequält. Stein. So, drei Fische, das muss reichen. Oh, die Muscheln. Hübsch. Ich würde. Juhu. Das wird ja nett. Aber was mag ich jetzt so lange? Oh, hallo, wie ich sehe, geht es euch bei mir gut? Heute Abend gibt es ein Freundfeuer. Gehst du hin, Kenji? Ja. Ach, girl. So, mal kurz noch den Statuswert gucken. So, Level 13, Level 9 und Level 16. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch auf die Dings da zurück kann. Weil er doch irgendwie versteinert ist. Hier haben wir, wie es aussieht. Teleportiere ich ins Wirtschock. Okay, Wirtschock. Wie lange mit der Hügel schrieb. Also, Aurel. Ich weiß, was ich hier nicht gut erwarte, ist es so gut. Ich weiß, was ich hier jetzt gut erwarte. Ich weiß, was ich hier nicht erwarte? Ich weiß, was ich hier nicht erwarte. Irgendwas ist hier passiert, dass da jetzt nichts mehr vor sich geht. Deswegen sind die Geister nicht mehr da. Also diese komische meine ich jetzt nicht. So, eine Etage tiefer. Warum ich das jetzt hier so... ist ganz leicht, weil mir langweilig ist und ich, bis es Abend wird, ein bisschen checken dann auch. So, mal sehen, wo wir hier noch nicht waren. Hm, da hinten die Ecke. Oh, da kommen wir von hier nicht hin. Also nochmal zurück. Irgendwie hier lang. Genau, nicht, egal. Hier gehen wir. Hier ist der Weg. So. Nee, die Antwort. So. Und jetzt... Rechts. Und ich bin jetzt immer da raus. Und, glaube ich, hier lang, ne? Ja, genau. Und wir wachsen. Jetzt sind wir sogar ein Schatz. Aus. Oder? Ja, oder? Oder bitte? Oder? Kleines Handtuch. Handtuch schon selbst gemacht. So, jetzt haben wir die Etage scheinbar auch komplett erkundet. Hast du schon 6? Okay, wir werden wieder raus teleportieren. Wenn es dunkel wird, dann gehen wir rein. Ganz schnell. Das will ich euch ja schließlich nicht vorenthalten. Party! Party! Yeah! Ole Ole! Okay, wir haben nichts verpasst. Sierra ist inzwischen weg. Sind alle irgendwo? Heute Abend gibt es ein Freudenfeuer. Gehst du den Kenji? Ja, natürlich gehe ich hin. Aber so wie es aussieht, packe ich das dann doch lieber in den nächsten Part. Tschüssi, bis dahin, eure Tita Kenji. Bis dann, eure Tita Kenji. Wenn du dann herbetiten, kommst du euch denn nicht? Bist du euch! Ich bin heute Morgen. Ich bin heute Morgen. Wir sind heute Morgen und chipen.